So, das war knapp. Oh, sie kriegt Hilfe. So, jetzt endlich mal wieder Aufklärer und Heiler. Oh, bei Oculi. Der nächste Barbarenangriff. Ja, aber wirklich das Gefühl, sie werden immer stärker. Oh Gott, da ist der Avatar auf Gorm. Zum? Der werden die Worm. Der werden die Wormen. Die Wormen. Die Wormen. Ich meine, die Wormen mit Wormen, aber in Rönnen. Boah, du meide Güte! Majestät, das Palace ist unter dem Land. Deine Majestät, die rege Trezesse ist nahe ab. Schade hat gewonnen. Im Namen des Sovereignes. Im Namen des Sovereignes. Was haben wir daraus gelernt? Wir lassen unsere Paladine nicht die Quom-Artage zerstören. Jedenfalls nicht ohne mehr Schutz zu haben. Weil ich bin jetzt gestorben. Ich stehe mit den Sovereignen. Ich stehe mit Freude. Im Namen des Sovereignes. Ich stehe mit Freude. Energien der Lichter. Im Namen des Sovereignes. Oder ich lebe gerade noch so. Mehr Gold, deine Majestät. Aber eher gerade noch so als irgendwie anders. Nein. Nein. Ich kann nicht mehr recallen. Aber wenn sie den auch noch kaputt macht. Wenn sie den auch noch kaputt macht. Ich weiß. Deine Majestät. Eine neue Gebäude ist complete. Irgendwie habe ich gerade ein gewaltiges Deja Vu, muss ich auch noch zugeben. Deine Majestät. Deine Majestät. Eine neue Gebäude ist complete. Deine Majestät. Deine Majestät. Deine Majestät. Die Unholy sind hier. Energien der Lichter. Mehr Gold, deine Majestät. Tax-Kollektor. Auf jeden Fall hätte ich gerne auch ein paar mehr Gartäuser jetzt. Ich serve mit Freude. Tax-Kollektor. Tax-Kollektor. Deine Majestät. 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 Nein, ich hab grad so überlebt, ey. Mir macht ja das ganze andere Viehzeug Sorgen, was hier noch so rumwuselt. Your Highness, we've improved the Godhouse. The unholy army. Graze Doros. For Gold, your Majesty. Graze Doros. In the name of the sovereign. Graze Doros. Weil mehr Wachen haben ist gut und mehr Verteidigung, viel mehr Verteidigung. Und so lange muss ich gucken, dass ich meine Paladine irgendwie von den Altan fernhalte. Sagen wir so, wenn ich's richtig verstehe, mit jedem Ding, was ich zerstöre, wird auch der Avatar schwächer. Your Highness, we've improved the Godhouse. The unholy are near. The law of Doros is above all others. In the name of the sovereign. Tax collector. Dafür scheinen aber die Angriffe des Gegners immer mehr zu werden. Energy of Light. A Use. The unholy are near. For now. The unholy are near. Energy of Light. Sovereign. A building has been upgraded. Raise Doros. Your Majesty. Das ist auch blöd, dass man keine Forschung machen kann in den Gebäuden, wenn sie beschädigt sind. Okay, es geht langsam, aber nur ganz langsam bergauf. Warum lasst ihr das beschädigt? Repariert das bitte, dass wir es upgraden können. In the name of the Sovereign, I help. Sovereign, a building has been upgraded. Halt! Oh ja, das können sie von mir aus einreißen. Das ist das, was mich gerade irgendwie ein bisschen nervt. In the name of the Sovereign. I help. In the name of the Sovereign. Doros has spared you, for now. In the name of the Sovereign. In the name of the Sovereign. head out of the Sovereign. At this point, it shall be a bad man in the name of the townsrat. Fourth and foremost. This is a dollar student, but it does not be pela wie Technien. Gut. Jetzt den Perimeter weiter absichern mit... Nein, 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 nein. Das reicht nicht. Okay, das wird böse. Das ist nicht so schlimm. Dorus hat dich geholfen. In der Namen des Sovereignes. Die Ereignisse hat gewonnen. Er ist mein Gott allein. Das war mein Gorbos Tempel, mein zweiter. Die Energien der Lichter. Ich bin erledigt. Ich gebe es auf. Das schaffe ich auch nicht. Ich darf auf jeden Fall meine Paladine... Oder vielleicht nehme ich gar keine Paladine, sondern ich versuche es wieder mit Discord-Warrior. Ist vielleicht doch besser in der Mission. Auf etwas offensiver zu gehen. Und dann sehen wir mal, was rauskommt. Also, bis zur nächsten Aufnahmesession.